Ja, liebe Facebook-Gemeinde, endlich ist es wieder soweit. Nach zwei Jahren Corona-Pause meldet sich der Bostalsee mit seinen Veranstaltungen wieder zurück. Und jetzt am Pfingsten haben wir das traditionelle SA3-Kinderfest. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist hier die Hölle los für die Kids, für die ganze Familie, so wie wir das Kinderfest hier am See kennen. Und Bosi jubelt und wenn Bosi jubelt, dann kann man davon ausgehen, es ist einiges los. Und dass Bosi natürlich das Thema Raumschiff, das Thema Astronaut wieder in den Mittelpunkt drückt, ja, das ist logisch. Nachdem ja unser Astronaut Matthias Maurer wieder zur Erde zurückgekehrt ist, spielt er natürlich beim Kinderfest auch eine große Rolle. Und wir freuen uns ja auch, dass er im August hier zur Welcome-Back-Party zu uns kommt. Aber zunächst haben wir das Kinderfest hier und dieses SA3-Kinderfest ist wieder alles, was das Herz begehrt. Es gibt viele Spielmöglichkeiten, viele Mitmachmöglichkeiten, Bastelaktionen, ein buntes Bühnenprogramm. Zauberer, Jakob Matthias, Zandhag, alle sind mit dabei. Und auch die Bastelarbeiten werden wieder prämiert. Ich glaube, man kann sich an beiden Pfingsttagen hier so richtig austoben. Und deswegen freue ich mich auf viele Besucher hier am Bostersee am Sonntag und am Montagnachmittag. Ab 13 Uhr geht es los. Und ich kann Sie nur herzlich einladen, mit dem Kinderfest zurückzukehren in die Normalität und die Sorgen mal beiseite zu legen, die Kinder, die Familie einzupacken, das Bühnenprogramm zu genießen und die Aktionen, die Buden, die Aktivitäten hier rund um unser SA3-Kinderfest. Und deswegen alle herzlich eingeladen. Ich freue mich, Sie am Pfingsten hier zu sehen. Vielen Dank.